Moin Leute was geht hier ist wieder euer Geist Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen wie ihr beim Elden Ring mit euren Pferd fliegen könnt Und zwar müsst ihr irgendwo an eine Klippe gehen Leute dann auf euren Pferd steigen Nun müsst ihr vom Pferd abspringen und während ihr noch in der Luft seid müsst ihr ganz schnell das Spiel speichern und beenden Das kann am Anfang ein bisschen knifflig sein bis ihr die Tassenkombination richtig auswendig drauf habt Sodass ihr das so schnell wie möglich speichert und beendet Ich hatte am Anfang auch meine Probleme damit aber mittlerweile kann ich das so schnell spammen dass ich das First Try hinbekomme Wenn ihr das dann richtig gemacht habt Leute und das Spiel wieder startet Dann seht ihr dass euer Pferd neben euch gespawnt ist und jetzt kommt ihr zu Schritt Nummer 2 Geht hierfür an eine Kante wo ihr bis in den Tod fahren könnt also das sollte schon hoch sein so wie hier Dann geht am Rand Leute läuft immer so ein kleines Stückchen nach vorne am Rand So bis ihr dann langsam runterfallt und in dem Moment wo ihr runterfallt müsst ihr wieder ganz schnell das Spiel speichern und beenden Wenn ihr das jetzt falsch gemacht habt und wieder ins Spiel reinkommt Dann werdet ihr sehen dass ihr mit eurem Pferd runterfallt und sterbt also ihr müsst wieder schnell sein Oder es kann auch sein dass das Pferd oben spawnt und ihr so ein kleines Stückchen weiter runterfallt Wenn das der Fall ist Leute geht einfach wieder hier am Rand zurück und wiederholt diesen Schritt einfach noch einmal Also Leute ich zeige euch das jetzt noch einmal Ihr geht wieder hier nach oben Geht ganz langsam an die Kante Und sobald ihr runterfallt müsst ihr wieder auf Start drücken System Spiel speichern und beenden So Leute wenn ihr dann wieder im Game seid dann könnt ihr nun euren Pferd rufen falls das beim ersten Mal nicht klappt Dann versucht es einfach noch einmal und wenn ihr dann euren Pferd gerufen habt dann seid ihr in der Luft Hier gibt es eine Sache zu beachten ganz ganz wichtig Während ihr hier mit dem Pferd rumfliegt dürft ihr nicht springen Weil sobald ihr springt bleibt ihr in der Luft hängen und dann seid ihr tot Ansonsten war es das mit dem Video ich hoffe euch hat das Video gefallen Falls ja lasst doch ein Like da schreibt mir die Kommentare Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst kannst du jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen Und die Glocke aktivieren um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao